Am 7. Juli 1996 besucht die vierjährige Yukari Yokoyama mit ihren Eltern einen Pachinko-Salon in Ota. Nachdem das Kind im Salon von einem Mann angesprochen wird, verlässt sie den Salon kurze Zeit später und verschwindet. Sie wurde bis heute nicht gefunden und ihr Verschwinden gehört zu den bekanntesten Vermisstenfällen Japans. Bitte lass dein Like da und denk daran, den Kanal zu abonnieren, um die kommenden Fälle nicht zu verpassen. Yukari kommt am betreffenden Tag um die Mittagszeit mit ihren Eltern am Pachinko-Salon an. Pachinko ist im Gegensatz zu anderen Formen des Glücksspiels in Japan legal, da es eben nicht als Glücksspiel, sondern als Freizeitbeschäftigung gilt. Während nur Volljährige spielen dürfen, tolerieren einige Salons es, dass Eltern ihre kleinen Kinder mit hineinbringen. Yukari war mit ihren Eltern schon öfter in Salons, es ist nichts Neues für sie. Die meiste Zeit sitzt sie an dem Tag wohl auf einer Bank, die in der Nähe der Maschine steht, an der ihre Mutter spielt. Zwischendurch verlässt sie die Bank aber immer wieder und dreht kurze Runden durch den Salon. Etwa um halb zwei, als sie gerade wieder auf der Bank sitzt, ihr seht hier Originalaufnahmen der Überwachungskamera, ist ein Mann zu sehen, der sich zu ihr gesetzt hat und mit ihr redet. Nachdem er eine Weile mit Yukari gesprochen hat, geht er davon und dabei kann die Überwachungskamera ein ziemlich gutes Bild von ihm aufzeichnen. Nach dem Gespräch mit dem Mann geht Yukari zu ihrer Mutter und sagt, dass ein netter Onkel sie angesprochen hätte, der ihr etwas zeigen wolle. Ihre Mutter sagt später, dass sie zu Yukari gesagt hätte, sie solle auf keinen Fall mit diesem Onkel mitgehen. Dann vertieft sie sich wieder in ihr Spiel. Später gibt sie zu, dass sie aufgrund der Lautstärke im Pachinko-Parler auch nicht hundertprozentig sicher gewesen sei, was ihre Tochter genau gesagt hätte. Sie hätte auf jeden Fall einen fremden Mann, also einen Onkel, erwähnt, aber da die Mutter ja mit ihrem Spiel beschäftigt ist, fragt sie nicht genauer nach und findet nicht heraus, mit wem ihre Tochter jetzt gesprochen hat. Yukari bleibt danach noch kurz auf der Bank sitzen, steht aber wenige Minuten später wieder auf und beginnt im Salon herumzulaufen, Wie die Bilder der Überwachungskamera zeigen, redet sie dann in der Nähe des Ausgangs erneut mit dem Mann, der sie bereits zuvor angesprochen hat. Unmittelbar nach diesem Wortwechsel verlässt der Mann den Salon durch den Ausgang und Yukari folgt ihm. Ihre Mutter denkt ja zunächst noch, ihre Tochter sei irgendwo im Spielsalon unterwegs. Nachdem sie sie zehn Minuten lang nicht gesehen hat, beginnt sie selbst, sie zu suchen. Doch sie und auch ihr Mann, der im Nachbargang gespielt hat, können ihre Tochter nicht finden. Nachdem sie die Polizei verständigt haben, werden alle Menschen, die sich noch im Pachinko-Parlor befinden, überprüft. Aber der verdächtige Mann ist natürlich längst weg. Natürlich wird auch die nähere Umgebung durchsucht und einige Polizisten warten auch mit Yukaris Vater zu Hause auf einen eventuellen Anruf für eine Lösegeldübergabe. Doch überhaupt nichts passiert und es werden auch keine Spuren mehr gefunden. Allerdings veröffentlicht die Polizei die Bilder des Mannes auf der Überwachungskamera nur vier Tage nach Yukaris Verschwinden für die Öffentlichkeit. Laut der Kameraaufzeichnung hat der Mann um 13.27 Uhr den Salon betreten und drei Minuten später hat er Yukari schon zum ersten Mal angesprochen. Zwischen dem Betreten des Salons und dem Moment, wo er Yukari anspricht, zeigt er keinerlei Interesse an den Pachinko-Maschinen, sondern sieht sich so um, als würde er etwas suchen. Er ist 1,58 Meter groß, trägt Baseballcap und Sonnenbrille und wird von den Ermittlern auf etwa 30 bis 50 Jahre geschätzt. Trotz der Aufnahmen des Mannes bekommt die Polizei keine Hinweise, die auf seine Spur führen und es gibt auch keine zuverlässigen Zeugenaussagen, die den Mann später noch mit Yukari gesehen haben. 25 Jahre nach Yukaris Verschwinden, also in diesem Sommer 2021, hat die Polizei digital überarbeitete Fotos des Mannes, der offiziell als Zeuge in dem Fall gesucht wird, veröffentlicht. Er ist wohl die einzige Person, die an dem Tag im Spielsalon gewesen ist, die nach Yukaris mysteriösem Verschwinden nicht von der Polizei ausfindig gemacht und befragt und überprüft werden konnte. Es wird vielfach darüber spekuliert, ob Yukari ein Opfer des Nordkanto-Serienmörders geworden sein könnte, der von 1979 bis 1996 fünf Mädchen in der gleichen Gegend ermordet hat. Dieser Täter ist aber auch bis heute nicht gefasst. Zur Zeit von Yukaris Verschwinden wird diese Mordserie allerdings gar nicht als Mordserie behandelt. Einer der Mordfälle gilt zu der Zeit sogar als gelöst. Ein unschuldiger Mann sitzt dafür im Gefängnis. Erst im Jahr 2007 stellt die Polizei eine Verbindung zwischen den ganzen Fällen her, und zwar, nachdem der Reporter Kiyoshi Shimizu sich mit den Fällen beschäftigt, die Zusammenhänge erkennt und darüber berichtet. Daraufhin werden die Morde als die Nordkanto-Kinder-Morde bekannt. Mittlerweile geht auch die Polizei davon aus, dass das Verschwinden von Yukari mit hoher Wahrscheinlichkeit dem Nordkanto-Täter zuzuschreiben ist. Trotzdem gibt es da noch einige Sachen, wie zum Beispiel eine ziemlich verdächtig wirkende Person, die im Jahr 2010 aufgespürt werden konnte, aber wohl nicht näher von der Polizei überprüft worden ist. Zunächst mal von Anfang an. Im August 1979 verschwindet die 5-jährige Maya Fukushima aus Ashikaga, während sie am Schrein in der Nähe ihres Elternhauses spielt. Ihre Leiche wird sechs Tage später am Watarase-Fluss in einem Rucksack gefunden. Im November 1984 verschwindet die 5-jährige Yumi Hasebe, ebenfalls aus Ashikaga, aus einem Pachinko-Salon. Ihre Leiche wird erst anderthalb Jahre später in einem Feld in der Nähe gefunden. Im September 1987 kommt die 8-jährige Tomoko Osawa aus Ota, der Ort, aus dem auch Yukari Yokoyama kommt, vom Spielen nicht nach Hause zurück. Ihre Leiche wird über ein Jahr später am Tunnelfluss gefunden. Im Jahr 1990 geschieht der Mord an der 4-jährigen Mami Matsuda, die auch aus einem Pachinko-Parler verschwindet. Auch sie ist aus Ashikaga und ihre Leiche wird kurze Zeit später, wie die des ersten Opfers, am Watarase-Fluss gefunden. Dies ist der Mord, für den ein Mann namens Toshikasu Sugaya unschuldig verurteilt wird. Im Jahr 1996 verschwindet dann die 4-jährige Yukari Yokoyama. Auch wenn sie nie aufgefunden wurde, ist das Tatprofil den anderen Fällen schon sehr ähnlich. Drei der Mädchen verschwinden aus einem Pachinko-Parler, Drei werden an einem Fluss gefunden, Alle verschwinden ums Wochenende herum, Aber die Polizei sieht die ganze Zeit lang keinen Zusammenhang zwischen den Fällen. Nachdem sie damals DNA des Täters beim 4. Opfer gefunden und mit der DNA von Verdächtigen abgeglichen hat, steht der 45-jährige Kindergartenbusfahrer Toshikasu Sugaya als Täter fest. Sugaya beteuert von Anfang an seine Unschuld, Gesteht die Tat aber, nachdem er mehrmals vom leitenden Ermittler Fumio Hashimoto geschlagen wird. Shimizu, der Journalist, deckte bei seinen Recherchen in dem Fall auch, dass der Tathergang, wie er von Sugaya geschildert wurde, sowohl zeitlich als auch von der Durchführung her nicht möglich gewesen wäre. Sogar die Mutter des Opfers bestätigt, ihre Tochter hätte niemals in den Fahrradkorb von Sugaya gepasst, so wie dieser es beschrieben hatte. Darüber hinaus gibt es zwei Augenzeugen, die das Mädchen kurz vor der Tat zusammen mit dem vermeintlichen Täter gesehen haben. Diese Zeugen hätten bestätigen können, dass Sugaya nicht der Mann war, den sie mit dem Kind gesehen haben, aber sie werden vor Gericht nicht befragt. Vermutlich werden sie später auch nicht darüber befragt, ob der Mann, den sie gesehen haben, möglicherweise der Mann ist, der auf der Überwachungskamera des Pachinko-Salons in Yukaris Fall gewesen sein könnte. Sugaya stellt nach seiner Verurteilung mehrere Anträge auf Verfahrenswiederaufnahme und erneute DNA-Tests, die alle abgelehnt werden. Erst nach der ausführlichen Berichterstattung durch Shimizu geht die Sache plötzlich ganz schnell und Sugaya wird wenige Monate später aus dem Gefängnis entlassen, da eine erneute Auswertung der Täter-DNA ergeben hat, dass sie sich völlig von Toshikasus' DNA unterscheidet und er so gar nicht der Täter gewesen sein kann. Nach der Feststellung seiner Unschuld werden natürlich Fragen nach dem wahren Täter laut. Zunächst gibt es keine Ermittlungserfolge. Im Jahr 2010 berichtet der Journalist Chimisu dann, dass er einen Verdächtigen ausfindig gemacht hat und irgendwie Material von ihm gesammelt hat, mit dem er seine DNA testen lassen hat. Und diese DNA des Mannes passt nachweislich auf die neuen DNA-Ergebnisse von 2007. Außerdem ist Chimisu im Besitz von Videoaufnahmen, die den Verdächtigen beim Besuch von Pachinko-Palas zeigen und außerdem mit kleinen Mädchen, die bei ihm auf dem Schoß sitzen. Er hat sogar mittlerweile ein Buch über den Fall und die ganzen Dinge, die er herausgefunden hat, geschrieben. Die Polizei aber nimmt den Verdächtigen nicht in Haft, und zwar, weil seine DNA nicht zu dem alten DNA-Profil, das 1990 vom Täter im Ashikaga-Fall erstellt wurde, passt, welches ja bereits als falsch festgestellt wurde und Sugayas Freilassung begründet hat. Die Behörden stellen den Fall so dar, als wären Fehler beim Abgleich von Sugayas DNA mit der Täter-DNA passiert. In Wirklichkeit ist es aber so, dass der gesamte DNA-Verarbeitungsprozess damals fehlerhaft war, was bedeutet, dass die damals festgestellte Täter-DNA nicht eindeutig ist und deswegen nicht für einen neuen Test zum Abgleich mit einem Verdächtigen benutzt werden kann. Vermutlich möchten die Behörden aber eine Darstellung dieser Tatsache in den Medien vermeiden, da dieselbe DNA-Testmethode im selben Institut und von dem selben leitenden Labormitarbeiter auch in einem weiteren Kriminalfall knapp zwei Jahre später angewendet worden ist. Es handelt sich dabei um die sogenannten Iska-Morde. In dem Fall wurde durch die DNA-Analyse eben dieses Institutes ein vermeintlich Tatverdächtiger, der damals 52-jährige Michi Toshi Kuma zum Tod verurteilt. Das Todesurteil des Mannes ist bereits im Oktober 2008 vollstreckt worden und zwar nur wenige Tage, nachdem die Presse bekannt gegeben hat, dass es im Ashikaga-Fall offenbar schwer wegen der Ermittlungsfehler gegeben hat. Michi Toshi wird 1994 festgenommen und beschuldigt, im Jahr 1992 zwei siebenjährige Mädchen entführt und getötet zu haben. Er wird aufgrund der Beweislage überführt, aber legt niemals ein Geständnis ab. Er beteuert bis zur Hinrichtung seine Unschuld. Die beiden Erstklässlerinnen kommen am Morgen des 20. Juli 1992 nicht in ihrer Grundschule in Isuka in der Präfektur Fukuoka an. Am Abend des nächsten Tages werden die Leichen der beiden Mädchen in einem Waldstück zwischen Asakura und Kaho gefunden, nur zehn Meter entfernt von der Straße. Kuma, der im gleichen Bezirk wie die Opfer wohnt und zu dieser Zeit arbeitslos ist, wird am 25. Februar, also fünf Tage nach der Tat, erstmals von der Polizei befragt. Er hat ein Alibi für den Tatzeitpunkt. Nachdem er seine Frau an diesem Tag zur Arbeit gebracht hat, besucht er seine Mutter, was auch von dieser bestätigt wird. Zeugenaussagen zufolge aber wird das dunkelblaue Auto, das Kuma gehört, in der Nähe der Stelle gesehen, an der später die Leichen gefunden werden. Eine Analyse ergibt, dass die Spuren von Mishitoshis Autositzen an den Kleidern der Kinder zu finden sind. Außerdem werden auf Kumas Rücksitzen Spuren von Blut und Urin gefunden und der Polizeibericht hält fest, dass offenbar kurz zuvor eine gründliche Reinigung der Rücksitze vorgenommen wurde. Am 20. März findet Kumas nächstes Verhör statt. Dieses Mal werden seine Fingerabdrücke genommen und er muss Haar- und Speichelproben abgeben. Der folgende DNA-Test, der eben von diesem betreffenden Labor durchgeführt wird, die auch die Tests im Ashikaga-Fall gemacht haben, ergibt eine angebliche Übereinstimmung mit dem DNA-Typ der Proben, die an den Opfern gefunden werden. Nur auf Basis der Beweislage, ohne Geständnis, wird Kumas 1999 vom Gericht zum Tod durch Erhängen verurteilt. Im Jahr 2006 legt er Berufung gegen sein Urteil ein, die jedoch abgewiesen wird mit der Begründung, dass die Wahrscheinlichkeit seiner Schuld sehr hoch sei. Das Todesurteil wird bestätigt. Es ist eigentlich sehr ungewöhnlich, dass ein Todesurteil nur zwei Jahre nach der Bestätigung durch ein Berufungsgericht bereits vollstreckt wird. Zudem erfahren in Japan zum Tode Verurteilte immer erst am Tag der Vollstreckung von ihrer Hinrichtung. Damit hat Kumas leider keine Chance mehr, sein Verfahren aufgrund der möglicherweise fehlerhaften DNA-Analyse wieder aufnehmen zu lassen. Nachdem die Medien von Sugayas neuem Verfahren berichten, zeigt sich Kuma optimistisch gegenüber einer Wiederaufnahme seines eigenen Prozesses, da er davon ausgeht, noch etwa sechs Jahre Zeit bis zur Vollstreckung zu haben. Nur zwölf Tage später dann wird sein Urteil unerwartet vollstreckt. Nach Sugayas Freilassung im Jahr 2009 strengt Kumas Frau eine Wiederaufnahme des Verfahrens an, da sie nachträglich noch die Unschuld ihres Mannes beweisen möchte. Aber sie wird abgewiesen mit der Begründung, im Ashikaga-Fall wäre die später als fehlerhaft nachgewiesene DNA der einzige Beweis gewesen. Im Fall von Kuma allerdings gäbe es außer der DNA noch einige Indizienbeweise. Somit sei die hohe Wahrscheinlichkeit von Kumas Schuld bestätigt. Außerdem würde gar nicht mehr genügend Beweismaterial vorliegen, um einen erneuten DNA-Test durchzuführen. Sollten eigentlich nicht alle Tests, die in diesem Labor durchgeführt werden, das für die Fehler in Sugayas Fall verantwortlich ist, erneut überprüft werden? Anscheinend wird es aber als praktischer empfunden, in fraglichen Fällen schnell zu Urteilsvollstreckung zu kommen, damit mögliche Fehlurteile und somit Justizskandale nicht so viel Aufmerksamkeit in den Medien bekommen. Sollte es stimmen, dass nicht mehr genug Material für einen erneuten DNA-Test vorhanden ist, wäre das eigentlich ein weiterer Grund gewesen, die Hinrichtung aufgrund von Zweifeln am Urteil nicht durchzuführen. Auch ist es schwer nachvollziehbar, dass zum einen zum Beispiel die Ermittlungen im Fall Yukari Yokoyama weiter vorangetrieben werden, auf der anderen Seite verdächtige Personen wie der ermittelte Mann nicht weiter überprüft werden. Im Fall der Iska-Morde haben wir also einen Mann, der möglicherweise unschuldig zum Tod verurteilt wurde. Im Ashikaga-Fall saß ein Mann nachweislich 17 Jahre lang unschuldig für den Mord an einem Kind im Gefängnis. Während der wahre Täter der Nordkanto-Morde, der möglicherweise 2010 durch die Hilfe des Journalisten ermittelt wurde, anscheinend mit seinen Taten davonkommt, da die Justiz wohl befürchtet, dass dadurch ein noch größerer Skandal aufgedeckt wird. Es gibt übrigens zwischen den Jahren 1981 und 2002 noch mindestens sieben weitere ungelöste Vermissten und Mordfälle an Kindern aus der Nordkanto-Region, die zwar nicht zweifelsfrei den Serientäter zugeordnet werden können, aber auch nicht wirklich ausgeschlossen werden können. Und selbst wenn man den Täter jetzt zweifelsfrei überführen würde, könnte er für keine der Taten mehr bestraft werden, da sie alle bereits verjährt sind. Nicht nur für die zu Unrecht verurteilten Verdächtigen, auch für die Familien der zahlreichen Opfer ist diese Situation sicher schwer zu ertragen. Was glaubt ihr, ist in diesem Fall passiert? Könnt ihr euch vorstellen, dass durch die fehlerhaften Proben des Labors weitere Leute zu Unrecht verurteilt wurden? Lasst mir gerne einen Kommentar da. Natürlich auch darüber, was euch sonst noch alles zu dem Fall einfällt. Falls ihr meinen Kanal über ein Abo hinaus unterstützen möchtet, dann könnt ihr das gerne über Patreon oder mit einer Kanalmitgliedschaft machen. Die Links dazu findet ihr unter jedem meiner Videos. Hilft mir vor allem dabei, die Kriminalfälle hier auf YouTube mit allen Details, die dazugehören, wiedergeben zu können, ohne dass ich wichtige Fakten zensieren muss. Und ihr bekommt für eure Unterstützung natürlich auch was. Also schaut mal vorbei. Danke fürs Anschauen. Bis gleich.